hallo leute willkommen zu final fantasy wir wollen hier reingehen was passiert ach die nächste höhle ist laut jetzt die geräusche doch ja das mache ich das machen wir das schnell nach hier weil ich schwarz magie das eigentlich ist das eingestellt ja ich hoffe es hat wohl nicht heiß aber richtig schön angenehm deckenfluter läuft läuft richtig schön jetzt nicht weiter irgendwas immer hier runter weit geschaut hat zuerst hier runter ja das ist auch richtig cool schönes wetter und ich zocke vor euch anti marie stock was ist denn das da verliebe zu viel werte bei ihm sehen ausdauern denn nennen 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 die 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 das machen wir nicht hier was dabei oder ruch wo Autsch! Autsch! So! Ein halber, das war hoch! Und als nächstes haben wir uns Single. Muss aber für Soja. Na, wer ist schneller? Boah! Überleben wir aber locker. Oh, wer schneller ist. Ah, für Soja. Jawoll. Ja, Single ist natürlich immer als Gruppe. Oh, wie ein Item. Ein Mitrielschiel. Soja, ist aufgestiegen. Schön. Hat er schon? Kann er vielleicht der Magier auch nehmen? Wäre ja lustig. Ne. So, dann geht's hier weiter. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir erst in diesen kleinen Gedubbel da oben, was da ist. Nichts. Also gehen wir hier runter. Ja. Ja, dann sehen wir ja schon was auf der Karte, dass wir uns angucken müssen. Hä? Äh? Guck mal da hin. Ah, ich weiß schon wie. Na, das geht schnell. Okay. Bisschen Schaden ist in Ordnung. Tschüss. Und wieder ein Item. Also die schiebt uns ja richtig schön zu hier. Potion. Ne, ich denke mal, dass man dann auf jeden Fall von hier oben hin kommt. Ja, sag ich doch. Turboheter. Hat sich gelohnt. Dann nehmen wir den Kampfkern. Ah, den Kampfkern will auch woher. Na ja, komm. Albo ist das mal auf. So trinken wir die die bei. Na, komm. Ah, das haben wir glaube ich nicht mehr. Oh. Oh, wieder ein Item. Wieder ein Vitrilshield. Und Level 33, Gölbe. Das ist schön. So, das können wir gerne immer mitnehmen. Weil hier gibt es die Erfahrungspunkte und warum passt das? So, gucken wir mal hier rum in den nächsten Kampf. Ach. Aber immer auf für Soja. Schweine. Dann nehmen wir mal Vitra. Auf für Soja allein. Weil, bei WB braucht noch nicht... Oh. Ja, dann ist der noch weg. Schön, 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 schön. 1342, yeah. Weil wir brauchen unbedingt die Level. Gucken wir mal hier, ob die Kiste an der Ecke steht. Ne. Damit dann die Kämpfe... Oh. Als es ein Bossfight gibt und es leichter wird. Was da den Schaden anrichtet. Dann nehmen wir auch nochmal Blitz. Dann nehmen wir auch nochmal Blitz. So, und? Und, 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 und? Leben sie noch? Natürlich nicht. 2.000. Hm. Na gut. Gehen wir mal hier runter. Map aufmachen. Ah, zum Sage-Spec. Gehen wir aber erstmal hier gucken. Bis nichts. Bis nichts. Gehen wir mal weiter. Hier nicht. Ah, hier immer so, äh, oh, Krimitivschlag, schön. Mal erst schauen, so ein Zickzack-Koch runter, wo man mal alles überblickt findet. Das ist natürlich schön. Ich habe überlebt. Schweinerei. Daneben. Bäh. So ein bisschen Schaden kriegen wir, aber das ist ja egal. Ja, was gibt's Neues? Morgen wird ein neues Multiplayer-Projekt starten. Also wir haben das schon so ein bisschen angefangen zu spielen. Das ist ein... Hat er getestet. Und zwar Echo of Soul. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinschauen? Oder reinpfeifen? Wäre ganz cool. Also auf jeden Fall... Das ist ein Kampf. Auf jeden Fall haben wir da jetzt so ein paar Folgen aufgenommen. Ist aber kein endloses Projekt. Dann gibt es ab dem... Klub auf. Äh, Rollsparra. Äh, gibt es ab dem Neues, ähm... Äh, die Alpha 12 bei 7 Days to Die. Da wird es auch richtig viele Videos dazu geben. Expotion bekommen. Schön. Oh, für Soja ist aufgestiegen. Noch schöner. Ähm... Da gibt es dann halt einmal ein Multiplayer-Projekt und auch, ähm, ein, äh, Play-Together. Mit dem Faustus zockt. Dort haben wir ja zusammen ein Event vor. Und zwar nur zu zweit. Ach, Blitz hilft gar nicht. Na super. Ähm... Was es da so geben wird. Also ich überlege, ob ich dann keinen Trailer zu machen. Um euch das zu erklären. Dann ist es ab dem 6. Die... Nehmen wir... Nein, nicht Blitz. Keißer. Ab dem... 6. Startet das. Gibt es... Äh, die Hustle-Liga. Ah, das wird... Oh, das ist rot. Alter, das halt ja nur. Feuer und Eis hilft nicht. Also Magie gar nicht. Das habt ihr glaube ich schon mal. Autsch. Wollen wir erstmal für Soja wieder? Mit 91 ist es nicht gerade viel. Wenn er einmal zuschlägt, ist er tot. Gut, machen wir das anders. Habe ich nicht darauf geachtet. Halten wir uns nochmal voll. So. Ah, das war natürlich... Äh... Fette Verschwendung. Autsch. Fette Verschwendung. Und wir machen Nahkampf mäßig natürlich keinen Schaden. Au, 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 au. Ich hau jetzt bloß um. Hier nachher eine Pausch geschlucken. Leicht. Ne, er sollte noch so herkriegen. Au, au, au. Habe ich nicht auf die Viecher geachtet. Der wird dann platt wie eine Flünder liegt. Was für ein Bettvorleger. Äh, bevor er an ein Monster rauskommt. Äh... Magie. Wenn wir nochmal so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, viermal, fünfmal. Das war natürlich doof. Eisschild, das gucken wir uns mal an. Ah, regen wir ja auch viele Reflexe mehr. Vanguard, Feuerschaden, Resistenz gegen Demolangriffe. Ah, da sehen wir doch. So. Oh. Ne, ne. Lass das Monster mal ein Monster sein. So, da wollen wir jetzt erstmal gucken. Den Part machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Was dieses Vieh so drauf hat. So, wahren wir mal. Oh, ist laut. Was ist das denn laut? Haben wir einen Blitzkala drauf, klein. Weißmagie machen wir... ...gemach. Damit wir sicher sein können, dass er sich so schnell angreift. Das klappt. Super. So, Blitzkala. Blitzkala. 3.700 Haar zerquetschte. Und er frischte gleich wieder auf. So ein Schweinepriester. 1.367. Schwarzmagie. Ah, Blitzmarker wohl nicht so sehr. Machen wir doch mal einen Blitzkala drauf. Sollt ja recht sein. Ja, 1396, yeah. Verheader. Ja. Items. Warte mal. Weißmagie. Schlimmer. Er hat noch nichts machen. Ja. Ah, ist jetzt weiter. Wieder ein Blitzkala drauf. 1.400. 1.400. So. Weißmagie. Und zwar... Aber wir brauchen Magie. Ich bin nicht nur auf... ...so, ja. So, war erst mal voll. Weißmagie Ruhe. Noch mal einen Blitzkala. Ja, nehmen wir noch mal Blitzkala. Ja, 3.800. Ja, 3.800. Mach doch dein Giftgas. Das juckt mich nicht. So. Lebenspunkte haben wir noch besucht. Ich denke mal, das war es jetzt auch. Nach der Runde. Ja. Man, beim ersten Mal hat es noch nie. So. Hä? Na, was? Items? Eine Hütte nehmen wir einfach. Stellt LP, LP und Status der ganzen Formation... Ah, nee. Und Status der gesamten Formation. Das bringt ja dann gar nichts. Dann machen wir das anders. Machen wir einfach Medica. Alles Status leiden. So, dann speichern wir noch mal. So, meine Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir wieder auf Final Fantasy gegeneinander... Nee, miteinander spielen. Ciao. 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 Vielen Dank.